Und guck mal. Ich weiß. Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Half-Life, warte, wie viele habe ich denn? Gar keine mehr? Hallo? Du hast doch gerade einen in der Hand! You are not kidding me, right? Hä? Da ist das Vieh. Das scheiß Vieh. Ich mache keine Kompromisse mehr. Ganz ehrlich. Wie viele Kugeln? Sechs. Noch Fragen? Ja, gut gesagt. Nee. Aber... Ja, ich liebe es auch, aber... Aber dieses Spiel ist zu, leider. Ich wollte hier noch gucken. Die müssen die, die... Ich weiß. Oh, Dankeschön! Da war auch nicht mehr Kugeln. Nein, leider nicht. Aber ich bin geheilt! Uhu! Na ja, noch nicht noch gehalten. Nein, nein, aber wenigstens ein bisschen. Das muss ich nämlich anmachen. Das beides. Ich bin ein bisschen gespoilert. Entschuldigung, ich musste ein bisschen gucken. Ja, da übergibt sich wieder einer. Ach so, das war das. Da unten ist irgendetwas. Aber ich weiß nicht was. Und ich hab natürlich... Peelroom. Geht nicht. Toll. Nein! Jetzt bist du nämlich dabei irgendwo runter. Huch! Huch! Höh? Ja, ja, das war... Das ist der letzte Rest von, ähm... ...dem Gitter. Alles gut. Ah! Hm. Im Wasser gelandet. Sag nicht, ich komm da jetzt nicht mehr... ...hoch. Voller Vf-Effekt. Dankeschön! So. Ah, du bist so ein... ...free man! Jetzt lass das! Ich komme in Frieden! Gib sie auf! Gib sie auf! Warum nimmst du die Granate nicht? Wir können jetzt jede gebrauchen. Ist doch so. Es ist wahr, wo du die anfangs nicht benutzen wolltest. Und ich sag da mal, wir... Na, Granate! Wirst du am besten viele Gegner auf einmal los. Das ist wohl wahr. Ich weiß, dass ihr dahinter seid. Ist auch gut, ähm, bei Ellen. Da kann es auch wieder eine gute Granate werden. Bin ich aber nicht. Ich glaube, sie wären genau hintereinander. Nein. Wenn sie genau hintereinander weg wären, dann könntest du gut... Ähm... Lach nicht so! Lachst du dreckig! Bücken! In den Schritt! Genau! So, jetzt kommt der Zweite. Mit derselben Taktik. Na komm! Mann! Haha! 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 Hebt die Hände in die Luft! Haha! Hebt die Hände in die Luft! Ich kenn dich! Ich... Ich... Ne, ich sag dir ja, ich bin ein bisschen gespoilert. Ich weiß nämlich, was gleich kommt. Oh, okay! Scheiße, ich meine Nase ab, die jubbt so! Das ist das schon hier mit Menthol! Nein! Ich muss jetzt auch niesen. Danke! Okay! Ich muss ja nicht niesen, aber das ist die Luft einfach! Jetzt kommt... Leitern! Da hatten wir es! Oh, gespeichert? Eben! Nachdem ich sie umgebracht habe! Nein! Nein! Er ist ein freier Mann! Ja. I believe I can fly! Das haben wir mehr als einmal bewiesen. Mhm. Ich guckte, vielleicht ist da irgendwas für mich. Free man! Kannst nicht einmal die Leiter richtig runter gehen? Nein! Was war das, du Arschgesicht? Ich war schon immer freilend von Leitern. Er hat keine Lust auf Leitern. Bäh! Leitern! Ja, genau! Bäh! Leitern! Da sind ja schon zu viele runtergekrabbelt dran. Ja, gefährlich! Haha! Siehst du zwei Pixeln von entfernt! Ja, ich weiß! Aber... Alle anderen gehen normalen Leiter runter? Nein! Free man nicht! Da gibt's zwei Pixeln von entfernt! Haha! So in etwa! Und du? Muss ich da die Leiter nehmen. Hehe! Nehm sie mal mit! Da! Ja, ist besser! Ja! Hahaha! Ich weiß ja, was ich machen muss! Dann kannst du vielleicht auf dem... Abenteuer-Ballons gehen! Oh! Ja! 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 Ich weiß! Zwei Pixeln von entfernt! Seine, es war jetzt vielleicht 20 Pixeln, aber ist egal! Und ein Knopf! Ein Rot! Auf der anderen Seite war keine Leiter! Richtig? Weiß ich nicht! Nicht, dass ich dasselbe machen muss wie bei der anderen Gerätschaft sehe ich natürlich nicht! Du kannst natürlich bei mir gucken! Es pose... Oh Gott! Scheiße! Ja! Kann ich einfach oben bleiben! Und dann kannst du auch nicht! Das wäre irgendwie egal! Ich muss hoch! Weil muss ich schneller sein? So wie bei der anderen Gerätschaft! Das war wohl nix! Verdammt! Ich habe den Knopf anscheinend nicht erwischt! Jetzt habe ich auch noch einen Piepen im Ohr! Ich habe einen Tinnitus, aber ich glaube, das ist im Spiel! Freeman! Nein! Du bist doch eine Bitch! Ja komm, werd langsamer! Erstmal schön meine Jacke aufmachen! Es wird auf einmal so warm! Freemann! Ich kann es jetzt nicht nochmal benutzen! Doch, kann ich! Jau! Juhu! So! Jetzt muss ich das da oben zerstören! Wie machen wir das? Nö! Oh, ich habe zehn Stück! Deswegen konnte ich keine mehr nehmen! Okay! Einmal speichern! Jetzt müssen wir da selbst rein! Oh! Jetzt müssen wir da selbst rein! Oh, süß! Hoffentlich überleben wir das! Geronimo! Hier ist nichts über der Decke! Ah, da müssen wir hin! Du bist so doof! Ich komme! Ah! Das war das! Jetzt lass mich... Hallo? Rein! Fick dich, du scheiß Bitch! Ich habe dich nichtmals getroffen! Ich habe sie nichtmals erwischt und sie ist tot! Ich habe zwei Schüsse abge... Ich habe keine Kugel mehr! Fuck! Ich habe zwei Schüsse abgegeben und ich habe sie nicht getroffen eigentlich! So! Höre dich! Ich höre dich trotzdem! Hi! Hi! Hi, mein kleiner Freund! Hi! Du hast noch einen Freund mitgebracht! Einmal speichern! Ich höre dich! Ich höre dich! Ich höre dich! Ich höre dich! Da muss ich jetzt gleich rein! Siehst du ihn? Yes! Wie er wieder updanced? Oh! Oh! Die Zecke bringt mich... um! Scheiße! Die Zecke hat mich umgebracht! Ich war so gut! Ich hatte alle... Beine Knöpfe an und ich musste nur noch die Seite hoch! Ich wurde kein einziges Mal erwischt sonst! Ich war so gut! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich hoffe es ist beides an! Ich habe aber beide Knöpfe gedrückt! Ich habe es geschafft! Ich bin weg und weg! Oh Gott im Himmel! Oh, nochmal speichern! Vorsichtssalber! Falls, wir fallen! Weil dieses Spiel Pixelarbeit betreibt. Stimmt's? Hab ich ja gerade gesagt. So, jetzt kommt es aus Tricks mit den Granaten wieder. Warte, 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 warte! Dumm, dumm, wo ist die Tür? Warum wirfst du? Einfach. Ja, das ist cool. Der Wichser hat einfach geworfen. Es sind nämlich Ablenkungsmanöver für das Vieh. Warum habe ich nur noch 19%? hoffentlich kommen jetzt so durch bitte 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 Nein, da ist nichts drin. Ja, ich habe so Angst vor diesem Weh. Jetzt kann es mir nichts mehr. Hast du Moni für mich? Geh ohne mich weiter. Okay, ich werde das Gebet sichern. Ich will Moni. Okay, warum nicht? Wollte sowieso nicht alleine abkratzen. Dumm gelaufen. Ich werde, ich werde keine für ihn opfern. Ah, ich lerne es nie. Oh, tschüss. Haha. 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 Genau. Böse Wissenschaftler lachen. Ja, genau. So böse. Ja, total. Jetzt bin ich sicher. Speichern. Ja. Also das schockiert mich jetzt. Dankeschön. Oh, nur die kleine Waffe. Aber egal. Sitzenschuss. Das geht. Hat hier nur die kleine Waffe dabei. Ne, einige haben auch große. Das Vieh ist weg. Juhu. Oh. Jetzt können wir gerne einmal die Kisten kontrollieren. Aber ich glaube weniger. Nein! Freeman! Freeman! Das ist... Ja. Ja. Ich wundere mich gerade, warum wir denn gerade oben waren, wenn das hier ist. Das passt nicht. Das muss eine Etage höher sein. Das ist ein Fehler. Du bist doch mal wieder runter. So doof. Achja. Nix. Nix. Du hast verdammtes Glück, Freeman. Du bist so dumm, Freeman. So. Jetzt muss man nämlich genau treffen. Oder? Ach nee. Das war später. Oder? Ah. Das ist ne Leiter. Das war später. Ja. So viel zu treffen. So viel zu erstens zu treffen, zweitens zu Leiter. Hm. Ich sehe nix. Und jetzt... ... ... ... ... ... ... da war das mittreffen kann natürlich auch nur mir passiert wo ist das nein da oder nein ich ersaufe will der mich helfen ich weiß es nicht das ist doch da runter und dann irgendwo rechts freeman hallo hallo tot hä ich verstehe das nicht ich hab nein das werde ich nicht überleben wir werden einmal die folge wenden und dann sehen wir gleich weiter wie es weiter geht bis dahin auf wiedersehen bis dahin bis dahin